30. September 98 Aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Diesmal kann ich was bewirken. Tach, da wären wir also. Kapitel 1 Ähm, ja. Wir befinden uns hier bei Resident Evil. Wir Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Die Natur hofft. Bin gleich zurück. Der ist doch dein Freund. Am Junge. Da ist der Polizist. Der andere. Ach du Scheiße. Und wir befinden uns hier. Nein! 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 Aaaaah! We be burning. Lalalalalala. La 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 la. We be burning. Pshh. Pshhh. Pfft. Pssp. So Oma. Lieg dich mal schlafen. Pssp. Pssp. Das ist keine gute Idee, was ich jetzt gerade mache. Pssp. Okay, das hat sich so gerade eben erledigt. Moin, Jungs. Ich, äh... Wow, den Angriff überleben. Ja, ja, das war ja schön. Mach zu, Leon. Es zieht. Irgendwo war die Schrotflinte. Wo war die Schrotflinte? Nicht gut. Ja. Nicht gut, Leon. Aua, Alter, hinter mir. Uah, nein, uah. Ich will raus. Spring raus, Mann. Uah, 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 Hilfe. Was machst du denn da, Mann? Nein. Nein, was? Na, das geht ja schon gut los. Hahaha. Da ist doch draußen jemand jetzt auf einmal, oder? Oh, leck mich fett ernsthaft. Der weiß, dass wir hier sind, ne? Wo ist er denn? Moin. Muss los. Tschüss. Tschüss. Juhu. Da muss ich aber jetzt hin. Groß. Oh nein, Sackgasse. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, Alter. Juhu, meine Pischkabel. Pieks. Ah, nein. Ah, aua. Ach, da oben. Alter, was? Wollen wir doch verarschen. Genau in dem Moment fällt das jetzt da durch, oder was? Oh, war der hier gekloppt? Der ist zugenagelt, oder? Leon, lass das zu. Leon. Lass. Leon, lass das. Der hat das nicht ohne Grund zugenagelt, Mann. Ein wackelnder Sack. Ah. Ja, das ist ja nicht so gut gelaufen. Wir haben nichts mehr. Das ist ja toll. Aber wir haben, wie gut, dass sie uns komplett die Ausrüstung genommen haben. Aber das Geld, das kann er behalten. Die 12.850 Visiten. So, komme ich erst mal zu meinem Stuff? Ah, ja. Geht nicht auf. Ach, sag bloß. Stirb mir da draußen nicht weg. Haha. Haha. Aufträge des Händlers. Sobald eine Aufgabe erledigt ist, die sie über einen blauen Auftragszettel angenommen haben, können sie sich ihre Belohnung beim Händler abholen. Aber ich frage mich, diese Aufträge, da muss man ja genau gucken, ne? Ist das auch eine Mission? Leider nicht. Warte. Nein, Alter. Aua. Ah, das tut doch weh, Mann. Hör doch auf damit. Aua. Sag mal. Da, Stich, 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 Stich. Ah. Äh. Lass das, Mann. Oh. Äh, moin. Hab ihn mal angeschossen, in die Schulter. Alter, was ist denn hier los? Weg damit. Weg mit dir. Oh nein, hat sie verwandelt, ne? Oh, fuck. Fuck my life. Und das ist nicht gut, wo wir hier sind. Alter. Ich komme gerade vor wie bei Evil Within. Wo ist denn der mit dem Dynamit, Mann? Ach, da. Oh. Huh. Da ist er weg. Guck mal. Ab. Das Game hat aber auch so eine Slapstick, ne? Das war schon damals so. Das ist so gut. Oh, hi. Moin, grüß euch. Äh. Hör auf. Äh, wat? Äh, wat? Na. Wir sind... Aua, Alter. Nein, was? Das war so gut. Es langsam angehen lassen. Ja, danke, Spiel. Toll. Toll. Wenn in Gebieten voller Gegner stürmen. Toll. So. Dann lassen wir es mal langsam angehen. Ja, Spiel. Nein, nicht verwandeln. Hä? Bamm, Junge. So. Es macht gut hier. Alter. Wir lassen es dann mal ruhig angehen. Ja? Oh, nein, Mann. Ist das dein Ernst? Na? Nein. Was machst du denn da? Och, Mann, Leon. Was tust du denn? Da sollst du nicht rumfuchteln. Ach. Leon. Jetzt hör doch auf, Mann. Sag mal. Was ist denn mit dem? Oh, Rohstoffe. Ja, klar. Kann ich jetzt sehr gut gebrauchen. Das ist... Ich bastel jetzt mir mal eben schnell Pistolenmunition, wenn es gerade hier so spannend ist. Ah. Und Runde Nummer zwei. Hat er direkt seine Mistgabel fallen lassen. Lalalalalalalalalalalalalalalala. So. Entschuldigung. So, warte. Wo will er hin? Ist das dein Ernst, dass er jetzt losläuft? Wo will er hin? Bleib stehen, Mann. Bleib stehen. Oh. Alter. Oh. Nein, hör auf. Er ist in die Falle gelaufen. Haha. Vollidiot. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Nein, nein. Es langsam angehen lassen. Oh, wie geil er sie aussieht. Alter Schwede. Äh. Entschuldigung, ich will nicht stören am Klo. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre auch sauer, wenn mich jemand beim Kacken stören würde. Muss ich sagen. Hallo. Guck, guck. Oh. Bam. Roundhouse-Kick im Klo. Beim Scheißen erstochen, das ist natürlich auch ein... Illuminados 4.3 In Hochachtung von seinem Meister bot das Volk seinen teuersten Besitztümer an. Der begabte Bauer, sein feinstes Getreide. Der schmächtige Schweinehirt, sein kräftiges Schwein. Die verarmte Alte, ihr geliebtes Kleid. Der Meister sah die Geschenke und ward zufrieden. Ja, wie war das jetzt nochmal? Äh. Schwein. Haben wir hier ein Schwein drauf? Da ist ein Schwein. Sie gab ihr Kleid, ne? Haben wir ein Kleid hier? Ja. Getreide, Schwein, Kind. Ah, Getreide, Schwein, Kind. Okay. Hab ich Kleid gesagt? Kind, ne? Oder? Warte mal. Stand da Kind oder Kleid? Kind, 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 ich bin so, Entschuldigung, Getreide, Schwein und Kind. Aha. Huch. Ein Hebel. Warte. Oh, ein Insignienschlüssel. Den nehmen wir mit. Nein. Nein, Mann. Den Hebel. Okay. Aber der Hebel. Aber. Aua. Aber der Hebel. Gabel. In meinem Blut. Du wurdest gespritzt. Kapitel beendet. Aber Mann, der Hebel. Aha. Huch. Ein Hebel. Aber Mann, der. So, da kommen wir jetzt rein, wo die reingelaufen sind. Genau so war das. Oh. Was? Entschuldigung. Entschuldigung. Kommen Sie mal mit. Das ist ja doof gelaufen. Tja, das ist ja. Das ist ja blöd. Ich bin eigentlich im Ruf. Ich habe vergessen, auf Aufnahme zu klicken. Das heißt, ich muss jetzt aus einem Stream raus schneiden. Peinlich. Hallo? Natürlich. Hallo. Guten Tag. Komm. Aus dem Weg. Genau. So. Da habe ich noch Pistolen-Money. Sehr schön. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ansonsten ist ja auch nichts drin. Okay. So.